So, jetzt ist hier aber. Ich muss die Tür wieder zumachen, weil es zieht die ganze Zeit. Kein Wunder, dass man immer krank ist. Er handeliert! Und es war nicht Adi. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gehört? Hört ihr mich? Ja, gell? Ich höre mich aber nicht. Also ich sehe auf jeden Fall, wenn ich rede, dass es Ausschlag gibt. Aber ich höre leider nichts mehr. Das heißt, ich höre den Thomas nicht mehr. Ja, Thomas, ich höre dich ja auch nicht. Ach so, der Tab ist abgestürzt. Deswegen, das ist alles. Muss ich doch hier gar keine Verkabelung überprüfen. Der Tab hat einfach nur keinen Bock mehr. Ja, herrlich. Ach, herrlich. Hallo? Ja, Mann. Kann es, glaube ich, sein, dass der Thomas mich wieder hört, aber ich höre trotzdem gar nichts? Je! Ich sehe, dass der Thomas redet. Also Thomas ist auf jeden Fall wieder da. Thomas kann reden, ich kann reden, aber ich höre Thomas nicht. Rachenfähigen, K-Wow, Freibos, Feuergeist, I und Black Mojo. Aber merkt ihr das, wenn er sich selber nicht hört, spricht er gleich automatisch etwas lauter? So, ich sehe, dass Thomas gerade aufgehört hat zu reden. Ich schmeiße sie jetzt einfach mal da rein. Moment. Er kriegt nicht mit, was ich quatsche. Also, ich könnte jetzt einfach alles sagen, was ich will. Er kriegt es nicht mit. Und es ist einfach mal live im Stream. Ich bin gar nicht da. Alles wird gut. Er fummelt und fummelt und fummelt. So, ich höre dich. Bitte nicht, der Klang ist richtig eklig. Ich fühle mich wie in einer alten Werkshalle jetzt. Geil. Auf jeden Fall höre ich dich jetzt. Habe jetzt die reingestopft und, keine Ahnung, musste mir halt dann wohl schnell andere kaufen. Am besten die gleich nochmal und dann schicke ich die zurück und sage Tschüss. Danke für den Tipp, Thomas. und auch danke an Thomas für den Tipp. Was für ein Zufall. Die ganzen Thomassen schon wieder. Ich stecke das jetzt nochmal hier ab und stecke das nochmal neu rein. Ich muss mal gucken, ob das jetzt wirklich ist. Vielleicht musst du einfach dein PC neu starten dann. Oh, ich habe den Fehler gefunden, Thomas. Na, war dein Mikro aus? Nö. Guck. Das ist das Kabel sozusagen. Also im Endeffekt ist das Kabel und deswegen kommt nichts mehr an. Also das war eben noch zusammen, aber das war nur so hauchdünn zusammen. Also das Kabel ist durchgebrochen oder zerrissen. Ach geil. Gut, also kannst du gleich mal neue bestellen. Das ist das Kabel.